Guck mal, hier ist der Thorsten gerade gekommen. Der hat meine Arachnid gekauft. Moin! Ja, hallo Uwe. Na, und wie bist du zufrieden mit den Felgen? Ja, fantastisch. Super gut. Gibt auch scharf aus, oder? Wunderbar. Haben wir gestern noch draufgezogen und ist sportlicher, ne? Deutlich, ja. Man sieht also auch definitiv deutlich, dass er mehr der sportlichere Typ ist. Auf jeden Fall ab hier aufwärts. Na ja, auf jeden Fall. Da kommen die anderen, lachen sie schon wieder tot. Hat die eigentlich immer was zu lachen, wenn du das machst? Kann man das sagen? Nein. So, kommt rein. Das ist Thorsten, das ist Tesla, Markus. Ich, Thorsten. Hallo, Markus. Grüß dich. Genau. Alle auf Video. Ja, genau. Du wolltest jetzt noch mal, ich habe ihm seine Sommerschlappen abgekauft. Und dann nimmst du noch mal deine Winterreifen mit. Genau so machen wir das. Ja, so sehen sie auch. Sind das die Arachnids? Das sind die Arachnids. Warum heißt die eigentlich so komisch? Das ist eine Spinne. Ah, eine Spinne. Das ist eine Spinne. Arachnids ist eine Spinne. Das sind die? Ja. Das sind acht. Und, gefallen sie dir, Markus? Du hast die ja auch noch liegen, ne? Ich habe die noch liegen, ja. Die liegen bei Tesla in Frankfurt. Okay. Ich würde die gerne verkaufen auch. Okay, habt ihr gehört? Also Tesla, Markus. In Frankfurt können wir die montieren. Ja. Direkt aufs Auto drauf, nagelneu. Ja. Und die kosten fünf Millionen, also. Ganz günstig. Ja. Slotty. Ja. Ja, okay. Was willst du dafür haben? Hast du schon einen Kurs? Weiß nicht, also. Das, was man zahlen möchte. Ja, gut. Ich denke mal für dreieinhalb oder so könnte ich die kriegen. Genau. Ähm, gut. Okay, ja. Dann schauen wir uns das mal an. Das ist auf jeden Fall, es ist so geil, wie diese Gemeinschaft zusammenwächst, ne? Thorsten, wir haben uns gestern kennengelernt. Ja. Und, äh, Thorsten macht ganz tolle Sachen. Du bist bei der deutschen Vermögensberatung, ne? Genau. Ja. Und das ist eigentlich mal einer nicht von den Spinnern, die einem was aufdrehen wollen, sondern er kommt hier super sympathisch rüber, hat mir gestern viele Sachen erzählt. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ich werde das einfach mal, ich werde mal einfach deine Visitenkarte sozusagen unter das Video machen. Vielleicht bringt es ja was. Aber ich habe einen sehr guten Eindruck. Ja. Und, ähm, das ist übrigens jetzt ein 100D, unser Traumwagen. Das sieht supergut. Probesitzen im 2018er aus Januar Modell. Wow. Ist ganz andere Sitzbank, oder? Ganz andere Sitzbank. Wie angegossen. Es sitzt so wie geschneidert so. Ja. Und ich bin 1,86. Ja. Und nicht gerade leicht. Siehst du. Ja, passt sehr gut. Wahnsinn. Das ist echt super. Na ja, dann zeig doch mal noch mal. Sprech mal einmal aus, Gabor. Ja. Er hat doch schon zwei USB-Anschlüsse. Ja. Könnt ihr das noch mal sehen. Das ist die neue Sitzbank. Ich glaube, sie kam Ende 2017. Hab ich schon gesehen. Hier sind noch zwei USB-Anschlüsse zusätzlich. Wir haben verstellbare Kopfstütze hier. Sonne ist auch anders. Der ist weicher. Ja. Und das ist aber, ist das eine Alcantara-Himmel, Thorsten? Ja. 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 Genau. Das ist ja auch weg. AP-2. Ach, und Alcantara ist hier auch weg. Das ist da oben weg. Ja. 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 So, jetzt sitzen wir in Gabor's Auto. Und mir fällt gerade auf, es fehlt hier das Alcantara, was ich ... Du hast aber Alcantara-Himmel und du hast ein Schiebedach. Das ist dann also kein Premium-Paket? Nein, da konntest du damals noch auswählen bei dem Auto, ob du mit oder ohne Premium willst. Und ich hatte eigentlich das Einzige, was ich vielleicht hätte nehmen wollen, das war dieser HEPA-Filter aus diesem Premium. Mit einem Kofferraumdeckel, das wollte ich nicht unbedingt. Und die ganze Beleuchtung wollte ich auch nicht. Also dein Kofferraumdeckel ist nicht elektrisch? Nee, genau. Und was noch nicht? HEPA-Filter fehlt, diese Lichter beim Aussteigen, diese Beleuchtung. Aber Navi, alles da? Rückfahrkamera? Die Handyladetingsmuster, da fehlen ja auch noch diese USB-Teile. Die hast du neu gekauft? Habe ich neu gekauft. Als S60D. Als S60D, genau. Okay, du hast schon aufgerüstet für 2.250 Euro auf S75. Ganz genau. Wann hast du das gemacht? Das habe ich gemacht, letztes Jahr Ostern. Genau, letztes Jahr Ostern. Das war nochmal wieder so ein Ostereck von Trips. Trips 212, du fährst also sparsamer als ich. Laufleistung ist 5.000 mehr als meiner. Wir haben eine Fahrgestellennummer mit 153, 177. Das ist also kurz vor meinem, also älter und mehr gefahren. Und du hast hier, sehe ich auch gerade, keine Luftfederung und kein Winterpaket. Genau, fehlt auch, brauche ich nicht. LTE hast du auch. LTE habe ich, ja. Ja, Winterpaket habe ich auch nicht. Ja, Winterpaket brauchen wir in Deutschland nicht, vielleicht in Norden. Das ist ein gutes Schneppchen, hast du ihn günstig bekommen? Ja, das war ganz gut, kann man ja sagen. Das war, was habe ich jetzt, glaube ich, kostet 86.000, glaube ich, war das. Autopilot hast du? Autopilot habe ich, das gehört dazu. Ja. Ich wollte es haben. Ich brauche es nicht, nach wie vor. Also eben, das wisst ihr ja von Anfang an, ich brauche ihn nicht. Man muss es wirklich nicht haben, das ist keine Pflicht. Aber ich finde, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Weißt du, was mich nervt beim Autopiloten? Diese Abstandstempomat. Ja. Wenn du jetzt wirklich auf der Autobahn fährst und es ist ein bisschen Verkehr, das kennen Sie bestimmt auch, dass er dann immer abbremst. Auch wenn du auf Stufe 1 von der Entfernung bist. Richtig. Er bremst tatsächlich ab, wenn das Ding noch 200 Meter weg ist. Und das geht mir so auf den Sinn. Manchmal zu abrupt. Genau, du musst dann richtig ganz weit vorher schon die Spur wechseln, damit er es nicht macht. Und ich würde lieber näher ranfahren, damit ich vielleicht noch jemanden vorbeilassen kann, der schneller ist. Aber geht nicht. Also ich finde den Original-Tempomaten besser. Ich brauche keinen Autopiloten. Der Tesla sagt, dass das Auto sehr defensiv fährt. Und wir fahren ja alle viel offensiver. Genau, das stimmt. Ja, das ist die Erklärung. Also wenn man ihn hat, ist gut. Ich benutze ihn auch. Ich will ihn nicht verteufeln. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich muss unbedingt einen Autopilot haben. Aber das sage ich in allen meinen Videos von Anfang. Das ist die Erklärung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017